Hi, ich bin Sarah von der DBZ und ich stehe hier auf dem Messestand von Solalux in der Halle C1 auf der Messe Bau 2019. Neben mir steht Stefan Holtgreife und ich freue mich, dass er nun ein paar Fragen für uns beantworten wird. Verraten Sie mir, warum sind Sie Aussteller auf der Bau? Wir sind Aussteller auf der Bau, weil eine unserer wichtigsten Zielgruppen, die Architekten und Planer, hier regelmäßige Besucher sind und wir wollen unsere Produkte natürlich gerne hier den Architekten vermitteln. Seit wann sind Sie mit dem Unternehmen auf der Bau vertreten? Unser Unternehmen ist jetzt 35 Jahre alt und ich glaube, wir waren von vornherein immer auf der Bau. Warum lohnt sich ein Besuch Ihres Messestands? Ein Besuch lohnt sich, weil wir Experten sind für bewegliche Fassaden und diese beweglichen Fassaden, die entweder gefaltet werden oder geschoben werden, können wir in allerlei Varianten anbieten, sodass der Architekt, wenn es um großflächige Öffnungen geht, eigentlich das planen kann, was er für richtig hält und wir können es realisieren. Ich glaube, es ist ein gutes Thema für die Architektur. Was verbindet Sie mit dem Bauverlag? Mit dem Bauverlag verbindet uns natürlich die gemeinsame Zielgruppe, nämlich die Architekten und Planer und auch dort sind wir seit Jahren, glaube ich, platzieren wir Anzeigen bei Ihnen und redaktionelle Beiträge und deswegen ist es für uns ein wichtiges Medium. Vielen Dank und ich wünsche noch eine erfolgreiche Messe.